Professor Nagara, erinnern Sie sich an diesen Mann? Ja. Er ist ja leider eine traurige Berühmtheit geworden. Es ist das wohl, nicht wahr? Er hat in der Tat an einem unserer Experimente teilgenommen. Haben Sie den Bericht der Psychiater im Heiniger Report über das Loh gelesen? Ich muss gestehen, nein. Professor, können Sie aufgrund der Experimente, die Sie durchführen, eine Geistenskrankheit bei Ihren Testpersonen feststellen? Hat sich das so zum Beispiel Ihrer Meinung nach bei dem Experiment wie ein Paranoiker verhalten? Entschuldigen Sie bitte einen Moment. Ja, ich komme sofort. Ein Paranoiker. Ja, warten Sie. Ich würde vorschlagen, Sie sehen sich unser Experiment mal direkt an. Aus dem Verhalten unserer Testpersonen werden Sie vielleicht Folgerungen ziehen können, die auch auf den Fall Dassau zutreffen. Gut, Professor. Hier können Sie es sich bequem machen. Dies sind Scheiben, durch die man sehen kann, ohne dass man gesehen wird. Hier können Sie sich zuschalten, wenn Sie mithören wollen, was da unten gesprochen wird. Ich komme gleich wieder zurück. Wie lange wird das ungefähr dauern? Mir hat man gesagt, ungefähr eine Stunde, stimmt das? Und was passiert hier eigentlich? Das wird man Ihnen alles sofort erklärt, Monsieur. Ah, da kommt Professor Nagara. Monsieur Rivoli? Nein, ich heiße Despaul. Despaul ist mein Name, Professor. Dann müssen Sie Monsieur Rivoli sein. Ja, ich bin Rivoli, Professor. Tja, Monsieur, dann will ich erst mal einige Worte zu dem Experiment sagen, das wir heute durchführen wollen. Es gibt eine Theorie, die bedeutende Psychologen entwickelt haben, die besagt, dass jedes lernfähige Individuum umso wirksamer lernt, je mehr es fürchten muss, dass es für etwaige Fehler bestraft wird. Ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Die Kinder werden bestraft. Sie werden mit einer Trachtprügel bestraft, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Die Eltern haben die Hoffnung, dass sie mit der Bestrafung ihre Kinder dazu bringen, das Gedächtnis besser zu gebrauchen. Im Rahmen dieses universitären Forschungsprojektes interessieren nur die Erwachsenen. Wir haben auf wissenschaftlicher Grundlage eine Skala entwickelt, nach der wir in messbaren Werten ermitteln, wie weit Strafe einen Einfluss auf das Gedächtnis hat. Heute wird einer von Ihnen der Schüler sein, der sich bemüht, sich möglichst genau zu erinnern. Und der andere wird der Lehrer sein, der den Schüler dahin zu bringen versucht, das Gedächtnis optimal einzusetzen, indem er jeden Fehler bestraft, wobei die Schwere der Strafen sie steigert. Soweit wäre alles klar, hoffe ich. Nun würde ich vorschlagen, wir ermitteln euch das Los, wer der Lehrer und wer der Schüler sein soll. Da bin ich gespannt. Na, ich bin der Lehrer. Dann wird Monsieur Rigoli den Schüler spielen. Hallo. Muss ich mich da raufsetzen? Ich bitte Sie darum. Das, das ist doch nicht etwa gefährlich. Was, wozu macht Sie das? Damit wollen wir nur eventuelle Verbrennungen verhindern. Aha, ich verstehe. Ja. Das Prinzip dieses Experimenten ist, ist im Grunde genommen sehr einfach. Hier ist eine Liste mit 30 Worten. Jedes korrespondiert mit einem Adjektiv. Himmel, blau. Tier, wild. Wind, heftig. Und so weiter. Monsieur Despaules, Sie werden Monsieur Rivoli diese 30 Wortpaare vorlesen. Dann werden Sie ihm nur noch das Adjektiv vorlesen und er muss Ihnen aus dem Gedächtnis sagen, mit welchem Wort dieses Adjektiv korrespondiert. Ah ja, ich hab verstanden. Zum Beispiel, wenn ich das Wort blau vorlese, muss er antworten mit dem Wort Himmel. Wenn ich sage wild, muss er antworten Tier. Wenn ich sage heftig, Wind. Sie haben das sehr gut verstanden. Und jedes Mal, wenn Monsieur Rivoli etwas Falsches sagt, müssen Sie ihn bestrafen. Wenn Sie einen dieser Regler hochschieben, bekommt er einen elektrischen Schlag. Beim ersten Fehler bekommt der Schüler einen Schlag von 15 Volt. Beim zweiten 30 Volt. Beim dritten Fehler 45 Volt. Und so weiter. Und so weiter. Wie Sie sehen, sind das jeweils Stufen zu je 15 Volt, die sich addieren, wenn man mehrere Regler aufzieht. Und jetzt, Monsieur Despaules, lesen Sie bitte Ihrem Schüler die Wortpaare vor. Schön langsam. Und sprechen Sie bitte deutlich, damit er sich alle gut merken kann. Monsieur Flavius wird das Experiment überwachen. Gut. Also. Himmel, blau. Tier, wild. Wind, heftig. Tag, frisch. Zitrone, gelb. Fisch, gegrillt. Ei, hart. Woher bekommen Sie Ihre Kandidaten, Professor? Wir geben eine Annonce auf. Etwa so. Wollen Sie dafür, dass Sie eine Stunde Opfern sechs Dollar verdienen, etwaige Nebenkosten werden vergütet. Wir suchen Freiwillige für ein wissenschaftliches Experiment, das das menschliche Gedächtnis betrifft. Das nur hat er in einem Experiment teilgenommen. Welche Rolle hat er dabei gespielt? War er Schüler oder war er Lehrer? Das nur hat die Rolle des Lehrers gespielt. Er saß auf dem Stuhl von Monsieur Despaules. Brunnen tief. Brot gebuttert. Geld gezählt. Das war alles. Würden Sie jetzt bitte anfangen, Monsieur Despaules. Das erste Wort heißt blau. Himmel. Himmel, blau. Richtig. Das folgende Wort heißt wild. Gelächter. Gelächter, wild. Nein, das war falsch. Die richtige Antwort ist in diesem Fall Tier. 15 Volt. Das folgende Wort heißt heftig. Heftig. Eine Sekunde, das weiß ich. Atem. Atem heftig. Falsch. Die richtige Antwort ist Wind. Wind heftig. 30 Volt. Überlegen Sie doch erst, bevor Sie was sagen. Sie glauben doch nicht etwa, dass es mir Spaß macht, Sie zu bestrafen. Passen Sie auf. Das folgende Wort heißt frisch. Frisch. Warten Sie. War das nicht fisch? Oder Moment. Glauben Sie wirklich ernsthaft, Professor, dass durch die Elektroschocks der arme Monsieur Rivoli ein besseres Gedächtnis bekommt? Ich wiederhole nochmal. Bei dem Experiment ist das Gedächtnis von Monsieur Rivoli ohne jedes Interesse für uns. Uns interessiert die Fähigkeit zum absoluten Gehorsam bei Monsieur Despaux. Seine Unterordnung und eine Autorität. Für Monsieur Despaux wird diese Autorität durch die Universität verkörpert. Durch Professor Flavius und durch mich. Unsere weißen Kittel sind die Symbole dieser Autorität. Wir haben ihm befohlen, einen Menschen, der ihm nichts getan hat, nach einem bestimmten Ritus zu bestrafen. Wie weit wird er diesen schwachsinnigen Befehl ausführen? Und wann wird er sich gegen die auflehnen, die ihm den Befehl gegeben haben? Das ist das Problem. Nur das. Das folgende Wort heißt gelb. Zitrone. Vorzüglich, ganz vorzüglich. Stimmt, Zitrone ist das passende Wort. Dann machen wir weiter. Das folgende Wort heißt gegrillt. Fleisch. Fleisch gegrillt. Aber nein, das ist falsch. Das richtige Wort heißt Fisch. Fisch gegrillt. 165 Volt. Okay. Hören Sie auf. Ich weigere mich, weiterzumachen. Lassen Sie mich bitte gehen. Die höchste Vollzahl wäre 450. So weit wird er doch nicht gehen. Das weiß ich nicht. Irgendwann kommt das Experiment an einen Punkt, an dem sich Monsieur Despaux mit einem Problem auseinandersetzen muss. Soll er der Autorität weiter gehorchen, die ihm befohlen hat, das Experiment bis zum Ende durchzuführen? Oder soll er aufhören, weil er seine Opfer nicht mehr leiden lassen will? Das Paul wird mehr und mehr von einem inneren Konflikt erschüttert, der fast unerträglich ist. Wenn er diesen Konflikt lösen will, muss er mit der Autorität brechen und ihn gehorsam verweigern. Das ist der Punkt, der uns interessiert. Der Bruch mit der Autorität. Würden Sie bitte fortfahren, Monsieur Despaux. Würden Sie bitte fortfahren, Monsieur Despaux. Wer also das folgende Wort ist... Einen Augenblick, Monsieur. Der rechte Arm von Monsieur Rivoli ist nicht mehr angeschlossen. Die Elektrode hat keinen Kontakt mehr. Sie müssen Ihren Schüler wieder anschließen. Warum muss ich das machen? Sie haben uns zugesagt, Ihren Auftrag korrekt durchzuführen, Monsieur Despaux. Das Experiment kommt jetzt in eine hochinteressante Phase. Der physische Kontakt. Bis jetzt wurde der Kontakt über die Technik hergestellt. Aber jetzt muss er sein Opfer anfassen. Es ist ein Mensch, der ihm nichts getan hat. Und er muss ihn berühren, um ihn weiter quälen zu können. Der Konflikt spitzt sich zu. Es regt sich ein Widerstand gegen die Autorität. Ich flehe Sie an, Monsieur. Hören Sie auf. Sie sollten sich lieber konzentrieren und nicht einfach irgendetwas antworten. Wenn bloß endlich Schluss wäre, ich habe auch keine Lust weiterzumachen. Er hat mich gebeten, aufzuhören. Wie denken Sie darüber? Ich bitte Sie weiterzumachen, Monsieur Despaux. Gut. Bitte hören Sie zu. Konzentrieren Sie sich, bevor Sie antworten. Ich muss Sie warnen, ich bin fast auf 200 Volt. Ich weiß. Also, das folgende Wort heißt weiß. 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 Sie sehen Sie, Monsieur Volney. Despaux versucht, mit seinem Konflikt fertig zu werden, indem er dem Opfer hilft. Aber wenn der Konflikt wirklich für ihn kaum noch erträglich ist, warum hört er da nicht einfach auf? Er erkennt an, dass alles, was er bisher getan hat, Unrecht war, wenn er jetzt aufhört. Wenn er weitermacht, rechtfertigt er alles, was er bis jetzt getan hat. Sagen Sie, Monsieur, könnte man vielleicht ausnahmsweise zum nächsten Wort weitergehen? Das Experiment muss genau in der Reihenfolge weitergeführt werden, Monsieur Despaux. Aber er antwortet doch nicht mehr. Es ist ihm vielleicht was zugestoßen, Sie sollten mal nachsehen. Ob das dem Schüler gefällt oder nicht, wir müssen weitermachen. Und zwar so lange, bis der Schüler die Wortpaare auswendig weiß. Hey, Monsieur! Verstehen Sie mich? Das Wort heißt weiß! Ich kann nicht mehr. Es ist zu viel für mich. Ich will nicht mehr antworten. Was macht man jetzt? Sein Schweigen müssen Sie als Fehler einstufen. Geben Sie ihm also 180 Volt. Aber er fühlt sich schlecht. Ich habe Angst, dass das schiefgeht. Ich übernehme die volle Verantwortung. Na gut. Wenn Sie die Verantwortung übernehmen. Das ertrage ich nicht mehr. So was ist auch im Namen der Wissenschaft nicht erlaubt. Es gibt kein Gesetz, auf das es sich stößt. Aber beruhigen Sie sich doch. Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Die Apparate da unten sind nichts weiter als Ertrappen. Das heißt, es gibt keinen elektrischen Strom. Es gibt überhaupt keine Verbindung von dem Pult von Monsieur Despaux zu dem Stuhl von Monsieur Rivoli. Aber Monsieur Despaux weiß das nicht. Monsieur Rivoli ist sehr begabt. Nicht wahr? Er gehört zu unserem Team. Es ist selbstverständlich, dass die Kandidaten, mit denen wir dieses Experiment durchführen, immer die Rolle des Lehrers spielen. Darum steht auf beiden losen Lehrer. Es ist wirklich erschreckend. Das stimmt, es ist wirklich erschreckend. Wenn man bedenkt, dass Sie sich auch erst bei 180 Volt für das Opfer eingesetzt haben. Dieses Experiment ist abarmungslos, Professor. Bei wie viel Volt hat das nur aufgehört? Bei 405 Volt. Nehmen Sie Platz. Das ist ungeheuer. Überlegen Sie, was Sie sagen. Ich bin gezwungen, Ihnen 405 Volt zu geben. Also geben Sie sich Mühe. Viereckig. 405 Volt. Wir müssen das Experiment abbrechen. Das ist unmöglich. Das würde die Ergebnisse verfälschen. Wir müssen weitermachen. Er zeigt alle Anzeichen einer schweren Herzinsuffizienz. Wenn Sie weitermachen, kann es eine Katastrophe geben. Geben Sie ihm 405 Volt, Monsieur Daslow. Er kommt nicht in Frage. Werden Sie sich erst mal einig. Sie wollen weitermachen und er will ausführen. Als die Professoren miteinander besprechen, geht Sie nichts an, Monsieur Daslow. Ich darf Sie also bitten, weiterzumachen. Ich mache überhaupt nicht mehr weiter. Ich gebe Ihnen auf die 6 Dollar zurück, wenn Sie wollen. Aber ich gehe nach Hause. Abbruch des Experiments bei 405 Volt. Sehen Sie, wenn die Spitze eines hierarchischen Systems sich nicht mehr in Übereinstimmung befindet, wenn die Autoritäten sich streiten, gibt es keinen unbedingten Gehorsam mehr. Sind viele Ihrer Testpersonen bis 405 Volt gegangen? Im Durchschnitt leisten 63 Prozent der Testpersonen unbedingten Gehorsam. Das heißt, dass Sie das Prinzip des Experiments voll akzeptieren. Damit will ich sagen, Sie gehen bis 450 Volt. Das würde also bedeuten, dass auch in einem zivilisierten Land mit einer liberalen und demokratischen Verfassung zwei Drittel der Bevölkerung ohne zu fragen und ohne zu überlegen alle Befehle ausführen würden, die Sie von einer übergeordneten Macht bekämen. Drei Monate nach dem Experiment bitten wir die Kandidaten noch mal her, um Ihnen die Wahrheit zu sagen und Sie zu fragen, wie Sie Ihr Verhalten beurteilen. Ich zeige Ihnen die Reaktion von Daslow. Sie haben vor einem Vierteljahr an einem Experiment teilgenommen, das über eine Stunde gedauert hat und dabei einen Ihnen Unbekannten mit Elektroschocks bestraft, die bis zu 405 Volt gingen. Waren Sie bis zum Ende davon überzeugt, dass die Elektroschocks nicht simuliert waren? Ja. Haben Sie nicht darüber nachgedacht, dass Sie Ihrem unschuldigen und wehrlosen Opfer gegenüber grausam gehandelt haben, Monsieur Daslow? Ich hatte nicht zu beurteilen, ob meine Handlungen grausam waren oder ob das Opfer unschuldig war. Verantwortlich waren die, die mir die Befehle gegeben haben. Ich habe die Befehle nur ausgeführt. Wenn man einem Piloten befiehlt, eine Bombe auf eine Stadt zu werfen, fragt er auch nicht, ob die Bombardierung richtig oder falsch ist. Er wirft die Bombe. Aber nehmen Sie mal den Fall eines Völkermordes. Da beschließt ein eiskalter Diktator, fünf, sechs Millionen Männer, Frauen und Kinder umbringen zu lassen. Dafür braucht er doch mindestens eine Million Komplizen, Mörder und Henker. Wie macht er das, dass man ihm gehorcht? Indem er die Verantwortung auf viele Leute verteilt. Ein Diktator braucht einen funktionierenden Staatsapparat. Das heißt, er braucht Millionen von kleinen Funktionären, von denen jeder eine anscheinend unbedeutende Aufgabe wahrzunehmen hat. Und jeder von ihnen wird diese Aufgabe ausführen. Mit Kompetenz. Und ohne Bedenken. Und niemand wird sich klarmachen, dass er der millionste Teil eines grausamen Verbrechens ist. Die einen werden die Opfer verhaften. Sie haben nur den Befehl ausgeführt, jemanden festzunehmen. Andere verantworten den Transport in die Lage. Und dabei haben sie nur ihren Beruf als Lokomotivführer ausgeübt. Und der Lagerkommandant, der die Pforte hinter den Opfern zuschlägt, meinte, tut seine Pflicht wie ein gewöhnlicher Gefängnisdirektor. Natürlich werden die Mörder und Henker am Ende der Kette besonders ausgesucht. Aber den einzelnen Gliedern der Kette macht man den Gehorsam so leicht wie möglich. Monsieur Ganslow, bei 360 Volt hat der Schüler nicht mehr geschrien und nicht mehr geantwortet. Man konnte also annehmen, er sei tot. Warum haben sie ihn weiter mit Elektroschocks bestraft? Immerhin von 360 bis 405 Volt. Wenn er tot gewesen wäre, hätte er nichts mehr gespürt. Außerdem habe ich gedacht, dass die Professoren dieser Universität wissen, was sie tun. Warum sollte ich anzweifeln, was sie für richtig halten? Das Verhalten ihrer Testperson ist für mich immer noch schwer zu erklären. Sie handeln ohne Hass, ohne Zorn. Sie rächen sich auch nicht für etwas. Sie haben nicht mal die Hoffnung für das, was sie tun, viel Geld zu bekommen. Wenn man bedenkt, dass Dazlow das Opfer mit 405 Volt gequält hat, um 6 Dollar zu verdienen. Herr Dazlow, wenn die Annonce, auf die Sie geantwortet haben, nicht von der Universität in Lallier, sondern von einer Privatperson aufgegeben worden wäre, und man hätte Ihnen statt 6 Dollar 1.000 Dollar Belohnung versprochen, hätten Sie dann Ihren Schüler auch mit 405 Volt bestraft? Nein. Wenn man Ihnen eine Belohnung von 10.000 Dollar versprochen hätte. Ich glaube, Sie haben mich nicht richtig verstanden, Monsieur. Das Geld hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe den Professoren gehorcht, weil ich sie als meine Vorgesetzten respektiert habe. Ich habe sie akzeptiert. Das ist alles. Ich danke Ihnen.